Unter'n Bär? Digga, man sieht mich doch, oder? Warte, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt, Chad. Warte mal. Mama ist weg, Leute. Okay. Normalerweise ist es immer, wenn ich mit Fugo streame, dann ist Fugo weg. Aber jetzt ist auch einfach Amar weg. Ist Amar wieder auf dem Klo? Wieso schreibt ihr so bad? Oh mein Gott! Ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich schwöre, ich schwöre, ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, er ist ein bisschen der Merkel, der Jeremy. Aber ich hab gar nicht drauf geguckt. Ja, war stahl. War strong. War strong? War strong. Ey, ich weiß, ich hatte keine Zeit.